Danke, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Das freut mich sehr, denn das Thema, um das es heute geht, ist alles andere als einfach. Es ist allerdings richtig, dass die Idee zu diesem Buch faktisch hier entstanden ist. Also nicht direkt hier, aber ausgelöst durch die Veranstaltung im vergangenen Jahr. Eigentlich, wie gesagt, ging es darum, dass wir mein Rom, mein Kairo darstellen sollten. Gesprochen haben wir im Endeffekt über Flüchtlinge. Und es gab damals schon sehr viel Interesse, sehr viele Fragen. Und ja, und im Anschluss ist dann die Idee geboren worden, doch so ein Buch zu schreiben, wie eben der Untertitel sagt, Reportagen von beiden Seiten des Mittelmeers. Ich muss sagen, die Idee hat mir sofort sehr gefallen, hat uns beiden sofort sehr gefallen. Vor allen Dingen auch, ich spreche jetzt von mir, ich bin seit 2007 Korrespondentin für den ORF in Italien. Und seit 2007 beschäftige ich mich eben mit dem Thema, mit dem Problem, wie immer man es sehen will, Flüchtlinge. Was heißt das mit anderen Worten? Das ist eben eine Problematik, die seit vielen Jahren bekannt ist. Und ich würde sogar noch weiter zurückgehen. Ich beschäftige mich in meiner Funktion als Italien-Korrespondentin seit 2007 damit. Aber wenn wir nach Italien schauen, ist das Problem noch um einige Jahre älter. Und wenn Sie wollen, vielleicht sogar fast um zwei Jahrzehnte älter. Um das zu belegen, nur eine kleine Geschichte. Ich war, ich bin ja auch als Italien-Korrespondentin für den Vatikan zuständig, wie fast alle meiner Kollegen und Kolleginnen, ausländischen Kollegen und Kolleginnen in Rom. Und 2013 mit diesem neuen Papst, mit dem jetzigen Papst, sind viele Journalisten, darunter auch ich, nach Lampedusa gegangen. Weil dieser Papst eben sagte, das allererste, was er tun möchte, ist, zu den Flüchtlingen gehen. Also an die Ränder, wie er das nennt, an die Peripherie der menschlichen Existenz. Und dort auf Lampedusa habe ich dann unter anderem einen Ex-Zwischen-Carabiniere kennengelernt. Der war Anfang der 1990er-Kommandant in der winzigen Kaserne. Denn ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen Lampedusa kennt. Denn Lampedusa ist ja ein wunderschöner Ort für Touristen. Aber wenn nicht, dann sei es gesagt, das ist eine winzige Insel, eigentlich ein riesiger Felsbrocken, der da im Meer liegt, aber schon nicht mehr. Also ohne Trinkwasser, ohne Vegetation und so weiter. Und dort leben nur einige wenige tausend Menschen, ein Dorf in Wirklichkeit. Aber eben der südlichste Außenposten Italiens. Und er hat mir dann erzählt, eines Tages klopfte es an der Tür der Kaserne. Draußen standen Menschen aus dem Dorf und habe mir ihm gesagt, du, da sind sechs Männer da, die fragen nach DIA, also nach der Polizei. Und er sagt, ja, wer sind diese Männer? Sie behaupten, sie seien Tunesier. Ob sie dann tatsächlich Tunesier waren, wurde im Endeffekt nie wirklich überprüft. Konnte er mir nicht sagen. Aber Tatsache ist, dass die Männer sagten, ja, sie sind Tunesier. Was aber wirklich stimmte, war, sie sind mit einem Boot über das Meer gekommen. Und man war so überrascht damals über dieses Phänomen. Danke sehr. Dass man überhaupt nicht wusste, wie man mit diesen Menschen umgehen sollte. Und nach guter italienischer Manier, nach guter Willkommenskultur hat man ihnen natürlich, man hat sie hereingebeten, man hat ihnen zu essen gegeben, zu trinken gegeben, man hat ihnen eine Schlafmöglichkeit angeboten. Ja, und die haben dann einmal kurzfristig dort einfach mitgelebt. Man konnte das Problem nicht wirklich lösen, denn aus Sizilien, das ist sozusagen dann die nächsthöhere Einheit, kam keine befriedigende Antwort. Nicht einmal aus Rom. Man wusste nicht, wie mit solchen Menschen umgehen. Jetzt haben die einfach auf Lampedusa gesammelt, damit die sechs Geld bekommen und sich die Überfahrt aufs italienische Festland, zuerst nach Sizilien, dann aufs Festland leisten können. Und er hat dann zu mir gesagt, aus der damaligen Perspektive hat der Anführer dieser Gruppe einen für ihn sehr kuriosen Satz gesagt. Die waren ganz glücklich, aber zur Verabschiedung hat er dann gemeint, und ich sage dir, wir sind nur die Ersten. Nach uns werden viele, sehr viele kommen. Das war Anfang der 1990er. Und er hat sich dann damals gedacht, was soll das? Woher sollen die kommen? Warum sollen die kommen? Und er hat nur gesagt, später, gar nicht so viel später, hat er dann verstanden, was da los ist. Die Gründe sind mannigfaltig, warum Menschen fliehen. Und der Druck sozusagen aus Afrika war schon immer relativ groß. Ja, wie gesagt, dieses Problem ist kein neues Problem, wie Sie wissen, was mich persönlich oft wirklich zornig gemacht hat oder auch traurig gemacht hat, dass man einfach außerhalb Italiens kaum davon Notiz genommen hat. Und ich bin wirklich fest der Meinung, man hätte wahnsinnig viel von Italien lernen können, und zwar im Guten wie im Schlechten. Das war wie eine Art Labor. Man hätte dort studieren können, wie es funktioniert, einfach das Phänomen als solches wahrnehmen können und auch gleich vielleicht mitstudieren, wie man es nicht machen könnte. Aber man hat das nicht gemacht, wie Sie wissen, denn ich nehme an, Sie schauen auch Fernsehen, Sie lesen täglich Zeitung und Sie sind sicherlich an diesem Phänomen interessiert, sonst wären Sie nicht hier. Also wie Sie wissen, hat man die italienische Außengrenze ja eben nur als italienische, sprich Südgrenze, als Außengrenze gesehen und eigentlich über Jahre nicht auch als EU-Südgrenze, EU-Außengrenze. Also es war ein Problem der Italiener, es war ein Problem zeitlang auch der Spanier, aber das ist ein Grenzübergang, der viel weniger frequentiert worden ist und vor allen Dingen auch ein Problem der Griechen. Aber es ging sozusagen die Mitteleuropäer nichts an, meinte man. Ja und davon ausgehend haben wir uns dann gedacht, nicht wissend, dass in dem Augenblick, in dem wir unser Buch hier tatsächlich in Österreich präsentieren würden, nicht wissend, dass dieses Problem dann hier so akut ist und dass eigentlich das, was wir hier beschreiben, in einer gewissen Form sehr konkret bei Ihnen angekommen ist. In jedem österreichischen Dorf kann man fast sagen, in jeder österreichischen Stadt. Also das haben wir wirklich nicht gewusst. Aber was wir schon wussten, war logischerweise, dass dieses Problem ein dramatisches ist, dass es nicht aufhören wird. Da glaube ich, müssen wir uns keine Illusionen machen. Bei der jetzigen Lage sehe ich keine Anzeichen, dass dieser Flüchtlingsstrom gestoppt werden könnte. Wie sind wir herangegangen an dieses Buch? Wir wollten konkrete Menschen zeigen. Denn ich glaube auch, wenn man sich konkret mit Menschen auseinandersetzt, mit ihren Schicksalen, dann nimmt das auch Angst. Denn sonst sieht man oft nur Zahlen, sieht man Flüchtlingsströme, sieht man Bilder, die ja wirklich oft, wenn sie isoliert gesehen werden und das ist ja auch die Macht oder die Ohnmacht des Fernsehens, oft auch sehr erschreckend sein können, wenn man da Menschen durchmarschieren sieht. Aber wenn man das herunterbricht, dann teilweise auf eine sehr persönliche Ebene und sich auch anschaut, wer sind die, was haben die für ein Schicksal, woher kommen die, was sind die Fluchtursachen, um zu verstehen, dass das Menschen sind, die einfach nicht anders können. Und jetzt habe ich gesagt, nicht so viele Zahlen, aber ein paar Zahlen braucht man doch, um das Ganze dann wieder auch auszugleichen und einordnen zu können. Für mich ganz interessant, ich spreche natürlich schon primär aus meiner Warte als Italien-Korrespondentin. Zum Beispiel im Vorjahr, weil da sind die Zahlen ja bereits am Tisch, die kann man genau studieren. Im Vorjahr waren es 170.000 Menschen, die nach Italien über das Meer gekommen sind. Wir sprechen, wenn ich sage nach Italien, meine ich wirklich immer über das Meer. Es gibt auch eine andere Form der Migration, wenn Sie wollen, aber ich spreche jetzt wirklich über diejenigen, die über das Meer kommen. 170.000 Menschen. Die größte Gruppe unter ihnen war im Vorjahr, Sie werden sagen, na klar, waren syrische Flüchtlinge. Und dann kamen schon viele Afrikaner, Eritreer vor allen Dingen, Somalier, Somalis aus dem Sudan, aber auch Menschen aus Afghanistan, Menschen aus dem Irak, Menschen aus Pakistan. Eine sehr bunte Gruppe, wenn Sie wollen. Auch aus Gambia. Wer beschäftigt sich schon oder wer beschäftigt sich schon bis vielleicht vor wenigen Monaten mit den Problemen der Gambia. Ich glaube, so gut wie niemand. Also 170.000 Menschen. Von diesen 170.000 kann man, und ich habe ja viel Kontakt für meine Arbeit natürlich auch mit dem UNHCR oder mit der Caritas oder mit anderen Migrantenorganisationen in Italien oder mit Amnesty. Man muss ja auch das immer wieder gegenchecken, Zahlen einholen und so weiter. Also von diesen 170.000, glaube ich, kann man wirklich sagen, sind 85 bis 90 Prozent Menschen gewesen, die einfach aufgrund ihrer Herkunft, die einfach aufgrund ihrer eigenen Geschichte Anrecht auf eine Form von Schutz haben. Wie wir wissen, kann dieser Schutz verschieden aussehen, bis hin eben zum Asyl. Ich sage das gleich vorweg, weil nicht nur in Österreich, aber auch in Italien eben oder in anderen Ländern es ja dann oft auch immer wieder heißt, ja, das sind doch Wirtschaftsflüchtlinge. Ich sage gleich dazu, für mich ist der Begriff Wirtschaftsflüchtling nichts Negatives. Arbeitsmigration ist für mich nichts Negatives. Die halbe Menschheitgeschichte fußt auf dieser Form von Migration. Aber gut, es ist ein Thema und trotzdem, diese Menschen gehören nicht dazu. Wenn wir uns diese Zahlen jetzt heuer anschauen, im Moment spricht man ja aufgrund der aktuellen Lage hier in Mitteleuropa, spricht man ja kaum vom Mittelmeer, also vom süditalinischen Mittelmeer, man spricht also kaum von Italien. Was aber nicht bedeutet eben, dass die Menschen dort nicht mehr ankommen in Italien. Das wäre der falsche Schluss. Es ist nur so, dass sich der Fokus verlagert hat. Das ist auch medial einfach immer so. Die lokalen Medien schauen dorthin, wo es eben die Menschen vor Ort betrifft. Und das ist natürlich jetzt massiv Österreich, Deutschland, der Balkan und so weiter. Trotzdem, die Zahl, was Italien anbelangt, ist konstant. Aber es fehlen durch die Bank die syrischen Flüchtlinge. Die syrischen Flüchtlinge, im Moment sprechen wir von ungefähr 145.000 Menschen, die in Italien angekommen sind. Die syrischen Flüchtlinge fehlen fast zur Gänze. Ich glaube, es sind ungefähr 7.500 oder vielleicht sollten es 8.000 inzwischen sein, die Italien über diese Landroute und dann über das Meer eben erreichen. Das heißt, A, dass die Syrer einen anderen Weg wählen. Das wissen wir alle, das sehen wir auch tagtäglich. Und das heißt aber B, auch noch etwas anderes, dass dieser Flüchtlingsstrom natürlich aus anderen Gebieten zunimmt, stärker wird. Und wenn wir schauen, wer ist jetzt sozusagen auf Platz 1, dann sind das die Flüchtlinge aus Eritrea. Und die Menschen aus Eritrea gehen wirklich in Massen weg. Man spricht dort von einem Massen-Exodus, weil es sich um eine Diktatur handelt, die den Einheimischen ganz wenig Raum gibt, ganz wenig Luft zum Atmen gibt. Ja, zum Buch als solches. Ich werde Ihnen ein bisschen etwas vorlesen aus diesem Buch. Ich werde Ihnen ein bisschen etwas erzählen, so wie jetzt. Und dann bitte ich Sie aber wirklich auch, dass Sie Fragen stellen. Denn ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht viele von Ihnen auch Fragen haben. Und es sollte nicht sozusagen so eine One-Way-Geschichte sein. Ja, ich habe gesagt, im Vorjahr war die größte Gruppe, die Gruppe der Syrer, der syrischen Flüchtlinge. Und ich habe auch in den Kapiteln, die ich hier in meinem Buch, in unserem Buch geschrieben habe, habe ich auch mit einer syrischen Familie begonnen. Nein, das war eines Tages, im vergangenen Jahr, wie gesagt, im Sommer, hat mich der ORF eben auch gebeten, dass ich eine Flüchtlingsreportage mache. Denn es hat wieder einmal geheißen, es sind sehr viele Menschen unterwegs, sehr viele Menschen kommen auf ihren Booten über das Meer. Die Insel Lampedusa, die ja ein sehr trauriges Synonym eben geworden ist für diese Flüchtlingsproblematik, die ist schon damals eigentlich nicht mehr wirklich angefahren worden, weil die Menschen wurden teilweise auf dem offenen Meer ja aufgegriffen, damit man eben versuchte, größere Flüchtlingstragödien zu vermeiden. Und die Menschen wurden dann in erster Linie nach Sizilien gebracht, aber auch in andere Regionen, aber vor allem Dinge nach Sizilien. Und da war gerade so eine Zeit des Ansturms, wenn man das so will. Und für mich interessant ist, die Erscheinungsformen dieses Phänomens sind überall gleich. Da ändert sich nichts. Auch dort war im ersten Augenblick Chaos, da kommen so viele Menschen, wo bringen wir sie unter, wir haben zu wenig Platz, wir haben zu wenig Möglichkeiten, wir haben zu wenig Mittel, zu wenig Menschen und, 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 und. Und dann hat es doch sehr gut funktioniert. Und man hat Notquartiere errichtet. Und als ich in Palermo angekommen bin, habe ich meinen Kameramann gefragt, weil natürlich gab es mehrere Möglichkeiten, irgendwo zu drehen oder irgendwo sozusagen zu arbeiten, zu beginnen. Und ich habe gesagt, du kennst die Situation gut. Einer, der eigentlich viele Monate seines Lebens auch auf Lampedusa verbracht hat, wegen dieser Flüchtlinge. Und er sagte dann zu mir, wir gehen in die Pfarre San Carlo. Und ich sagte, warum? Er sagte, ja, weil dort sind zurzeit sehr viele Flüchtlinge. Man hat den Kirchenraum ausgeräumt, man hat die Kirchenbänke weggetan, man hat Bänke hineingestellt, man hat Betten hineingestellt, man hat Matten hineingelegt, Matratzen hineingelegt. Und ich muss sagen, das war, Fernsehen lebt natürlich auch, oder in erster Linie auch von Bildern. Das war wirklich beeindruckend, diese Kirche, dieser sizilianische Barock und darunter diese vielen Menschen aus sehr vielen verschiedenen Ländern, die dort saßen, die dort auch beteten und die Kinder, die herumliefen. Und mein Problem war am Anfang immer, das war etwas akzentuierter als bei Karim, sprechen die Menschen überhaupt mit mir. Denn die Flüchtlinge, die angekommen sind in Italien, wollten in keiner Form irgendwie sozusagen ihre Identität preisgeben, hatten totale Angst, wenn man so eine Reise hinter sich hat, zurückgeschoben, zurückgeschickt zu werden. Die Menschen hatten Angst, sich sozusagen zu zeigen. Bei den Syrern weiß man, der syrische Geheimdienst ist hoch aktiv und in vielen Ländern auch aktiv. Da gibt es auch noch diese Variante, warum die Menschen Angst hatten. Jedenfalls ist es gar nicht so einfach, jemanden vor eine Fernsehkamera zu holen. Aber dann hat eine junge Familie doch mit mir gesprochen. Und diese Familie, ich habe ja viele, viele Menschen getroffen und man muss dann auswählen in so einem Buch, vielleicht auch idealtypisch, das dann zu finden. Und diese Familie war eben eine, ich würde sagen, fast klassische syrische Familie, nämlich auch eine Mittelstandsfamilie. Also denen ging es relativ gut. Keine bettelarmen Menschen, wie man oft meint, überhaupt nicht. Und vor allen Dingen eine Familie, das heißt ein Ehepaar mit einem Sohn, mit einem kleinen Sohn. Und die Frau war schwanger zu ihrem zweiten Kind. Eine Familie, die vor allen Dingen sehr verankert war in ihrem Land. Die wollten nicht weg. Wie gesagt, wir sprechen von 2014. Da war der Krieg schon, ja, wütete schon seit drei Jahren. Und sie sagten, ja, sie hingen an ihrem Land, an ihrer Sprache, an ihrer Religion, an ihrem Kulturraum. Sie wollten einfach nicht weggehen. Aber dann ging es nur, so der Name der Frau, sehr schlecht. Sie hatte ständig Panik, sie hatte Todesangst. Man hörte immer die Bomben, man hörte Kriegslärm. Und die Situation wurde immer schwieriger für die junge Familie. Und ja, und dann kommt eben der Zeitpunkt, an dem man auch feststellt, dass man eigentlich niemanden mehr hat. Weil entweder sind die Menschen tot, weil sie Kriegsopfer sind. Oder sie sind geflohen, sie sind verschleppt worden, sie sind weggegangen. Jedenfalls haben sie sich sehr allein gefühlt. Und Bassam hat dann gesagt, er will weg. Er organisiert die Flucht. Das ist ihm auch ganz gut gelungen. Er hat die Schlepper auch gut bezahlt. Und sie waren nach relativ kurzer Zeit in Libyen. Denn damals hieß die Flucht vor allen Dingen der Landweg. Also über Ägypten, Libyen und dann auf ein Boot steigen und nach Italien. Ja, und da werde ich Ihnen ein bisschen etwas vorlesen. Also das erste Ziel war Libyen. Doch mit Entsetzen musste das junge Ehepaar feststellen, dass es die Lage völlig falsch eingeschätzt hatte. Wir dachten, wenn wir einmal weg aus Syrien seien, dann wären wir in Sicherheit, erzählt Bassam. Doch wir mussten erkennen, dass die Lage in Libyen genauso dramatisch war wie bei uns zu Hause. Die Stimme des jungen Syrers wird ganz rau und hektisch, als er über die Zustände in Nordafrika berichtet. Das ganze Land ist im Chaos versunken. Marodierende Banden verbreiten Angst und Schrecken. Milizen kontrollieren ganze Landstriche und bekriegen einander. Das Ausmaß an Gewalt war unbeschreiblich. Alle sind bis an die Zähne bewaffnet. Dazwischen waren sie, die Flüchtlinge. Zielscheibe brutaler und geldgieriger Banden. Es kam ständig zu Übergriffen, zu regelrechten Gewaltorgien. Kinder wurden entführt und misshandelt. Uns Familienvätern war es nicht möglich, unsere Frauen und Kinder zu beschützen. Jeder gegen jeden war die Devise, unterstreicht Bassam. Man spürte auf Schritt und Tritt den Hass, den die Einheimischen uns Flüchtlingen gegenüber hickten. Diesmal war es Bassam, der Todesangst hatte. Er war seelisch auf dem Nullpunkt angelangt. Bei seiner Frau setzten bereits die ersten Wehen ein. Der Plan, sie abseits von Kriegsgräueln gebären zu lassen, war gescheitert. Alles schien verloren. Bassam lief zum Hafen. Es war ein letztes Aufbäumen, erinnert er sich. Wie durch ein Wunder, sagte er in unserem Gespräch, konnte er für sich und die Seinen einen Platz auf einem Flüchtlingsboot ergattern. Nur steigen die Tränen in die Augen. Sie war so erschöpft, fügt sie verschämt hinzu, dass sie ihren Mann überreden wollte, allein mit dem kleinen Mahmoud die Reise über das Mittelmeer anzutreten. Sie konnte kaum gehen und hatte ständig Schmerzen. Doch Bassams flehende Worte und das Weinen ihres Sohnes rissen sie aus ihrer Apathie. Mit letzter Kraft schleppte sie sich zum bereits ablegenden Boot vorbei an Milizen und verzweifelten Flüchtlingen. Zitternd betrat nur das schwankende Boot. Jeder Zentimeter war belegt. Wir waren rund 300 Menschen an Bord, völlig zusammengepfercht, sagt Bassam. Das einzig Beruhigende war, wir waren alle Syrer. Sprachen alle, ein und dieselbe Sprache, uns verbannt unser gemeinsames Schicksal. Die hochschwangere Frau wurde sofort seekrank. Es war so entwürdigend, sagt sie mit roten Wangen. Sie fühlte sich todkrank, ihr war entsetzlich übel. Doch da war kein Platz zum Aufstehen, es gab keine Möglichkeit, sich zu waschen oder zu erfrischen. Während Bassam den kleinen Mahmoud Tag und Nacht fest umklammert hielt, versuchte sie mit bloßen Händen ihren Bauch zu schützen. Denn immer wieder stieß einer der Mitreisenden gegen sie. Der Flüchtlingskutter war hilflos den Wellen ausgeliefert. Während der Überfahrt begann nur zu fiebern, es war wie ein nie enden wollender Albtraum. Sie flehte zu aller ihrem Ungeborenen, das sich plötzlich nicht mehr meldete, ein gesundes Leben zu schenken. Sie fürchtete, das Baby sei bereits tot. Irgendwann verlor sie das Bewusstsein, ergänzt Bassam und drückt seinen kleinen Sohn reflexartig ganz fest an sich. Es war totenstill auf dem Schiff, erinnert er sich, alle waren wie gelähmt vor Angst. Die Rettung kam in Gestalt der italienischen Küstenwache. Wie hinter Nebelschleiern seien all diese Erlebnisse, meint nur. Alles sei konfus. Die Schleier rissen erst, als sie sich unmittelbar nach ihrer Ankunft in Sizilien im Krankenhaus wiederfand. Nur brachte einen Buben zur Welt. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut, versichert sie. In ein paar Tagen werden sie ihn zu sich holen können. Ihre Augen hellen sich auf, als sie von ihrem Neugeborenen spricht. Sie können es gar nicht glauben, dass alle vier überlebt haben, sagt sie voll Dankbarkeit. Nur hat nur einen Wunsch. Sie möchte für sich und ihre Familie ein Leben in Würde. Ein ruhiges Leben für meine beiden Kinder weit weg von Bomben, Handgranaten und permanenter Todesangst. Der kleine Mahmoud hat sich inzwischen von der Hand seines Vaters losgerissen und ist zu den anderen Kindern gelaufen. Ihr Lachen dringt zu uns herüber. Wenn er spielt, sagt seine Mutter, wirkt er wie das behütete Kind von einst. Doch nachts kommen die furchtbaren Ängste zurück. Nur weiß, dass es lange dauern wird, bis seine Wunden verheilt sind. Und wie stellt Bassam sich die Zukunft vor, frage ich ihn. Er will mit seiner Familie zu entfernten Verwandten in Nordeuropa. Dort möchte er wieder ganz von vorne anfangen und seiner Reise der Hoffnung einen Sinn geben. Sein Blick ist nun wieder ernst und angsterfüllt. Ihm ist klar, dass der vor ihm liegende Weg steinig sein wird. Doch für nur an die Kinder will er stark sein. Eines brennt Bassam jedoch auf der Seele. Das sind die schrecklichen Erlebnisse der vergangenen Wochen. Für einen Mann seiner Herkunft völlig unüblich packt er mich plötzlich am Arm und sagt beschwörend. Sagen Sie den Menschen in ihrem Land, dass Libyen die Hölle ist. Niemand kann sich vorstellen, was dort los ist. Libyen, das ist die Hölle. Das war im Juni 2014. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Ich lese Ihnen das auch vor, weil für mich war das so irgendwie so erschütternd auch, weil fast niemand hat über die Zustände in Libyen gesprochen. Bis vor wenigen Monaten eigentlich hat man über Libyen kaum gesprochen. Und das ist mindestens so ein wichtiger Krisenherd oder fast genauso wichtiger Krisenherd wie Syrien. Und ich habe mir immer gedacht, wenn man mit den Flüchtlingen spricht, man hätte eigentlich nur diesen Menschen zuhören müssen, um auch zu verstehen, was teilweise los ist. In Syrien, aber eben auch in Libyen. Und Libyen ist auch für die Stabilität Europas ganz wichtig. Und vor allen Dingen auch für die Lage in Südeuropa. Und ich bin überzeugt, denn alle Bemühungen, dieses völlig destabilisierte Land irgendwie zu befrieden, sind ja bisher fehlgeschlagen. Ich bin überzeugt, dass das ein ganz, ganz prekärer Krisenherd ist und dann, dass aus Libyen, sprich aus Afrika noch viele Flüchtlinge zu uns kommen werden. Was man an dieser Geschichte auch sieht, über die Familie weiß ich leider nichts mehr. Sie ist weitergezogen. Wie viele Syrer übrigens auch. Das erklärt auch, ich nehme gleich die Frage vorweg, weil viele sagen dann ja, die Italiener haben ja keine Syrer aufgenommen, weil es, wenn man sich die Zahlen anschaut, es sind keine Anträge positiv beantwortet worden. Ja, die sind deswegen auch nicht positiv beantwortet worden, weil die Syrer einfach weggezogen sind. Die syrischen Flüchtlinge wollten eigentlich, ich glaube fast zu 99 Prozent, nicht in Italien bleiben. Im Gegensatz zu anderen Flüchtlingen. Wie Sie wissen, die meisten Flüchtlinge versuchen natürlich irgendwo anzudocken, wo sie jemanden haben. Das ist auch, glaube ich, ganz zutiefst menschlich, wo sie eben Familie haben, wo sie Freunde haben, wo sie Bekannte haben. Und das ist bei vielen Syrern tatsächlich jenseits auch der, wenn Sie wollen, Einladung von Frau Merkel. Das ist für viele Syrer dann eben doch Mitteleuropa und auch Nordeuropa. Was man an dieser Geschichte auch sieht, ist die Präsenz von Kindern. Ich habe, wie gesagt, dieses Buch habe ich, haben wir schon öfter an verschiedenen Orten, auch in Österreich, vorgestellt. Und es kommt punktuell immer wieder auch der Einwand, ja, da kommen ja nur Männer, kommt immer noch dieser Einwurf. Das mag auch durchaus streckenweise stimmen. Nur Männer und nur junge Männer. Das stimmt aber nur bedingt. Das stimmte zu Beginn auch in Italien. Es ist richtig, am Anfang waren es vor allen Dingen Männer und jüngere Männer. Aber man hat dann schon über die Jahre gesehen, das verändert sich. Man hat auch auf den Boten gesehen, auf einmal sind Frauen drauf. Auf einmal sind schwangere Frauen auf den Boten. Auf einmal sind immer mehr Kinder dabei. Und im Endeffekt auch immer mehr, wie das im Fachjargon heißt, unbegleitete Minderjährige, also Kinder und Jugendliche, die allein unterwegs sind. Kinder und Jugendliche, die allein unterwegs sind, das kann entweder heißen, dass sie auf der langen Flucht die Person, die sie begleitet hat, verloren haben. Oder es kann auch bedeuten, dass die Familien eben die Kinder weggeschickt haben. Dass zumindest einer aus der Familie eine Chance hat, gerettet zu werden. Das Land zu verlassen, in dem eben Krieg und Terror wütet. Wenn man sich die Zahlen ansieht, die Zahlen in Italien, wenn wir heuer von 145.000 ungefähr sprechen, derzeit, dann kann man sagen, dass ungefähr 10% Kinder und Jugendliche sind. Also das wird eindeutig mehr. Und damit Sie ein bisschen vielleicht auch noch verstehen, weil diese Flüchtlingsroute, mit der ich mich vorwiegend beschäftigt habe und beschäftige, das ist immer noch die gefährlichste Flüchtlingsroute der Welt. Das ist die Flüchtlingsroute, die durch die Wüste geht, durch die Sahara geht und dann eben über das Mittelmeer. Und ich würde Ihnen ganz gern noch einen jungen Mann näher bringen, den ich getroffen habe heuer in Kalabrien. Einen Burschen, einen Buben, einen Jugendlichen aus Gambia. Und als ich ihn getroffen habe, hat er erstens mit mir mal überhaupt nicht reden wollen. Er war völlig verängstigt, verschreckt, verschüchtert. Dann hat er sich doch dazu überreden lassen, aber er hat sich nicht filmen lassen von mir und hat ihm zu mir gesagt, bitte keine Fotos, keine Aufnahmen. Ich habe furchtbare Angst. Und der Bub heißt Dembo und er ist 17 Jahre alt. Sein Heimatland ist der breiten Öffentlichkeit kaum ein Begriff. Die Welt nimmt nur wenig Notiz vom kleinsten Staat Afrikas. Großer Beliebtheit erfreut sich die frühere britische Kolonie hingegen bei Ornithologen und Naturliebhabern, denn das Land am gleichnamigen Fluss zählt über 540 Vogelarten. Der Tourismus ist die zweitwichtigste Einnahmequelle, denn Gambia verfügt über keine für den Westen relevanten Ressourcen und ist nach wie vor bitterarm. Ich würde sagen, dass das Land über keine relevanten Ressourcen verfügt, ist natürlich mit ein Grund, warum es für die sogenannte Erste Welt oder die westliche Welt auch ziemlich wenig interessant ist. Viele Dörfer haben weder Strom noch Wasser. Es fehlt an medizinischer Versorgung und an Schulen. Rund die Hälfte der Bevölkerung sind Analphabeten. Doch die rund 100.000 Touristen, die das Land pro Jahr besuchen, bekommen kaum etwas von der Realität des Landes mit, weder von der politischen noch von der menschenrechtlichen Misere. Auch Dembo träumte einmal davon, im Tourismus Fuß zu fassen. Er und seine Freunde haben oft lange in einer der tropisch heißen Nächte besammengesessen und Pläne geschmiedet. Jeder von ihnen entwarf seine persönliche Traumliste. Gemeinsam schrieben sie ihre Favoriten auf und verglichen Wünsche und Hoffnungen. An die Spitze seines eigenen Sinnpunkten-Rankings schrieb Dembo in großen Lettern das Wort Universität. Schon als Kind im Volksschulalter hatte er davon geträumt, als Student in der Hauptstadt Banschul zu leben. Oft beschrieb er seinen Geschwistern, wenn die Nacht zu schwül war, um schnell einschlafen zu können, seine spätere Rückkehr ins Dorf in blumigen Farben. Er, Dembo, mit einem großen Dokument in der Hand, das allen zeigt, dass er ein wichtiger Mann ist. Einer, zu dem alle aufschauen und der imstande ist, seiner Familie Wohlstand zu bringen. Jetzt lebt Dembo in Kalabrien, weit weg von den Seinen, mit anderen minderjährigen Flüchtlingen in einer von der Pfarre geführten Einrichtung. Nachts kann er vor Heimweh nicht schlafen. Zu Hause sein, das bedeutet für ihn, bei seiner Familie zu sein. Doch seine Heimat, hat er früh feststellen müssen, wird von einem Diktator beherrscht. Die ganze Welt kennt Robert Mugabe, sagt er, und die Zustände in Zimbabwe. Aber über uns Gambia weiß niemand etwas. Dabei ist es nicht anders. Ich überspringe das Kapitel, oder die Absätze sozusagen, über den Diktator, der, ja, ich glaube, den könnte man fast als Irren bezeichnen. Also er geht mit brutaler Gewalt gegen alles vor, was ihm nicht in den Kram passt. Das können Homosexuelle sein, das können Aids-Kranke sein, er schmeißt Ärzte aus dem Land, er schmeißt NGOs aus dem Land. Er ist der Meinung, er kann selbst Aids heilen, weil er eben über besondere Fähigkeiten verfügt und ähnliches. Also, ja, jenseitig. Im vergangenen Dezember gab es dann einen Putsch, ja, und viele Leute haben versucht, dann das Land zu verlassen. Unter ihnen auch unser Dembo. Der Schock der Flucht sitzt ihm noch tief in den Knochen. Seinem Traum, an der Universität zu studieren, war er schon sehr nahe gewesen. Er war nach Banjul übersiedelt und hatte dort die Schule besucht. Weil das Geld der Familie nicht reichte, verdiente er sich bei einem Tischler etwas dazu. Das war ganz normal und mir ging es gut. Das Schlimmste, sagt Dembo, der nur die Üppigkeit der Tropen kannte, war die Fahrt durch die Sahara. Er wusste, das Ziel war Libyen und der Weg dorthin führte durch die Wüste, quer durch Mali und Niger. Die Tage waren unerträglich heiß, die Nächte eiskalt, sagt er, verkrampft seine Hände ineinander und zieht die Schultern hoch. Eine Flasche Wasser musste für eine ganze Woche reichen. Wir sind von den Schleppern wie Tiere behandelt worden. Sie haben uns absichtlich nichts gegeben. Es war ihnen vollkommen gleichgültig, ob wir die Fahrt überleben oder nicht. Der quälende Durst verstärkte noch zusätzlich seine peinigende Angst. Die Angst vor der Menschenlehrnweite, die Angst vor den schwer bewaffneten Männern, die Angst, auf den mit Flüchtlingen vollgepferchten Pick-up zu sterben. Nicht alle haben die Wüstenfahrt im Konvoi überlebt. Mit Schaudern erinnert er sich daran, dass leblose Körper einfach in den Sand geworfen wurden. Schon am Beginn der Wüstenfahrt hatte einer, ihrer Begleiter sie laut lachend auf die Knochen entlang der Piste aufmerksam gemacht. Ich sage euch nicht, ob das Menschen oder Tiere sind, hat er den jungen Männern auf der Ladefläche wild gestikulierend zugeschrien. In Libyen angekommen, begann Dembo als Müllsammler zu arbeiten. Er brauchte Geld für das Allernötigste. Von der Oasenstadt Sapa schlug er sich später nach Tripolis durch. Seine Hoffnung, dort bleiben zu können, erwies sich als Illusion. Auch ihm hatte niemand von der überall gegenwärtigen Gewalt erzählt. Dembo fühlte sich verraten und wollte nur weg. Letztlich landete er auf einem der schäbigen Kutter, die Richtung Lampedusa auslaufen. Die Überfahrt war die Hölle, sagte er zitternd. Da er zu wenig Geld hatte, musste er gemeinsam mit anderen Flüchtlingen aus dem Sudan unter Deck in den kleinen Maschinenraum kriechen. Dort hockten sie, tagelang auf dem Mittelmeer treibend, eingesperrt, ohne Essen und Trinken, bis ihr Boot endlich aufgefunden und er und seine Leidensgenossen an Land gebracht wurden. Die Küstenwache brachte sie in den Hafen von Salerno. Von dort kam Dembo nach La Mezzia Terme. Ich bin glücklich, dass ich hier bin, sagte er. Doch seine Augen sind so tief traurig, dass es wie eine Selbstbeschwörung klingt. Als ich ihn gefragt habe, ob er eine Vorstellung hat, was er machen möchte, wohin er möchte, hat er nur den Kopf geschüttelt. Er hat gesagt, ich habe niemanden in Europa, ich kenne niemanden, mir ist das völlig fremd. Da habe ich gesagt, wo möchtest du bleiben? Dann hat er gesagt, ich möchte hier bleiben, weil hier sind die Menschen gut zu mir. Ich habe versucht, dann noch ein bisschen ausführlicher mit ihm zu reden und neben ihm waren andere minderjährige Flüchtlinge und man muss dann teilweise auch ein bisschen zwischen den Seilen lesen, aber eines ist klar, dass diese jungen Männer, aber es gilt natürlich erst recht für Frauen auch, aber wie gesagt, gilt für beide Geschlechter, auch sehr oft zu all diesem Wahnsinn, den wir da jetzt schon gehört haben, auch sehr oft sexueller Gewalt ausgesetzt sind, während der Flucht, auf ihrem Fluchtweg. Und ich glaube auch er, auch wenn er es mir nicht gesagt hat, denn die Scham ist zu groß, sie sprechen nicht darüber, da müsste man, glaube ich, jemanden wirklich sehr, sehr gut kennenlernen. Was mich wahnsinnig erschüttert hat, nicht, dass ich es nicht gewusst hätte, aber wenn einem dann jemand erzählt, wie er eingesperrt ist in einem sogenannten Maschinenraum und das ist kein Maschinenraum, vielleicht sind auch, weiß nicht, Segler unter Ihnen, also oder Menschen, die oft auf Booten oder Schiffen sind. In vielen Fällen, wenn wir hier von Lampedusa sprechen und von dieser Route sind das ganz notdürftig zusammen, immer noch zusammengezimmerte Boote oder besser gesagt, sie werden immer noch schlechter und diese Leute werden dann dort einfach eingesperrt. Da wird dann zugenagelt oder wenn schon nicht zugenagelt wird, dieser Bretterverschlag, dann sitzen die Menschen so dicht davor, dass derjenige oder diejenigen, die drinnen sind, sowieso nicht herauskönnen. Und als diese entsetzliche Tragödie in Österreich passiert ist mit mehr als 70 Toten, also mehr als 70 Menschen, die erstickt sind, ist zur gleichen Zeit wieder einmal, muss ich leider sagen, in Palermo ein Schiff eingelaufen mit über 50 Leichnamen an Bord. Auch das waren Menschen, die erstickt sind. Das waren Menschen, die in so einem Maschinenraum erstickt sind. Die ersticken dort, weil eben Dieseldämpfe austreten oder einfach, weil wenn sie da zu lange drinnen sind, auch es ist der Sauerstoff zu wenig und dann spielen sich entsetzliche Dinge ab. Und selbst wenn sie überleben, man muss sich vorstellen, sie haben nichts zu essen, nichts zu trinken, es gibt keine Toilette, mehr brauche ich glaube ich nicht sagen. Und du hast keine Luft zum Atmen. Deswegen bin ich persönlich ganz schwer überzeugt, wer sich auf diesen Wahnsinn einlässt, in so ein Boot zu steigen, um zu sagen, ich fahre damit über das Mittelmeer in der Hoffnung nach Europa zu kommen, der tut das wirklich nur, wenn das, was er hinter sich lässt, noch schlimmer ist, als die Vorstellung, ich könnte jetzt im Meer sterben. Denn, wie wir auch wissen, die meisten Flüchtlinge, wirklich ein Großteil dieser Flüchtlinge, kann ja auch nicht schwimmen. Und wenn sie dann in Seenot geraten, sehr oft sind auch die Opferzahlen hoch, weil zum Beispiel Menschen, die dort eingeschlossen sind, die können nicht mehr raus. Aber selbst wenn sie raus könnten, können sie meistens nicht schwimmen. Ich möchte Ihnen, bevor ich dann vielleicht das Wort an Sie gebe, Ihnen noch ein bisschen, aber auch über die Helfer, über die Retter erzählen. Ich schreibe in meinem Buch auch über Schlepper, aber ich würde Ihnen ganz gern etwas über die Retter noch vorlesen auch. Ich habe, als wir das Buch begonnen haben, in Österreich zu präsentieren, die erste Präsentation war in Wien und das war, wie gesagt, mitten in der Situation, Mitte September, als eben da die Flüchtlinge nach Österreich kamen, ja, als sich alle sozusagen anschickten, Hilfe zu leisten. Und wir waren, Karim und ich, wir waren gemeinsam am Bahnhof in Wien und wir waren dann am Bahnhof in Salzburg. Also wir haben verschiedenste Sachen uns gesehen, weil wir doch durch Österreich getourt sind. Und ich habe ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt, die großartige Arbeit leisten und wirklich rund um die Uhr da sind. Und ich habe das auch später immer wieder gesehen. Ich weiß, dass das auch in Wels passiert. Ich war, ich war am, wann war das, am Samstag, ich war zum Beispiel in Wieselburg, da gibt es ein Transitlager. Ich habe auch gesehen, also wie, wirklich wie engagiert die Menschen, die Menschen sind. Aber so etwas gibt es halt auch in Italien mit einem vielleicht noch kleinen Unterschied. Ich will da, wie gesagt, ich bin voll des Respekts, ja, niemanden etwas nehmen, aber in Italien kommt noch dazu, weil wir eben vom Meer sprechen, wir sprechen vom Mittelmeer, dass Menschen, die helfen, die retten, oft das auch tun, unter der Gefahr, ihr eigenes Leben zu verlieren. Und manchmal sind es auch Menschen, die einfach nur beherzt zubacken, weil sie sehen, es geht nicht anders. Und ich würde Ihnen ein bisschen etwas vorlesen noch über die Retter vom 3. Oktober 2013. Der 3. Oktober 2013, das wird Ihnen jetzt so auf die Schnelle wahrscheinlich nicht sofort etwas sagen, aber das war jener Tag, an dem eine furchtbare Flüchtlingskatastrophe sich eben vor der Insel Lampedusa abgespielt hat. Und zwar ist das Boot, ein großes Flüchtlingsboot mit über 500 Menschen darauf, hatte de facto Lampedusa so gut wie erreicht, lag davor und dann brach Feuer auf diesem Schiff aus. Und das war in den frühen Morgenstunden. Es war noch dunkel, als die Angela Chi, so heißt das Schiff, im Süden von Lampedusa auf das offene Meer hinausfuhr. Gegen 7.30 Uhr befand sich das Fischerboot wieder auf dem Weg zurück in den Hafen. Der nächtliche Fang war zufriedenstellend. Die Brüder Domenico und Raffaele Colapinto bereiteten sich auf das Ausladen der Fische vor. Alles Routine. Die beiden Männer, die zwei Jahre zuvor von Rimini wieder nach Hause auf ihre Insel gekommen waren, weil es hier noch fischreiche Gewässer gibt, waren erfahrene Fischer und sie kannten die Gewässer wie ihre Westentasche. Doch plötzlich sahen sie in der Ferne ungewohntes, hektisches Treiben. Nahe der winzigen Lampedusa vorgelagerten Kanincheninsel nahmen sie Boote wahr, deren Besatzungen Menschen aus dem Wasser zogen. Wir haben voll aufs Gas gedrückt, erzählte der 58-jährige Domenico später verschiedenen Medienvertretern. Das Bild, das sich den beiden Fischern bot, war grauenvoll. Männer, Frauen und Kinder trieben schreiend auf dem Wasser und flehten um Rettung. Es waren Hunderte, so viel war schon auf den ersten Blick klar. Das Meer war voll von Köpfen. Domenico Colapinto reagierte wie in Trance. Er ließ die Tau ins Wasser, um die ersten Schiffbrüchigen auf das Boot zu ziehen. Doch er stellte schnell fest, dass die Menschen viel zu erschöpft waren, um sich daran festhalten zu können. Es blieb ihm nur eine Möglichkeit, die Ertrinkenden mussten mit bloßen Händen gepackt und an Bord gehievt werden. Wie Besessene kämpften die beiden Fischern das Leben der Bootsflüchtlinge, die oft nackt waren und sich durch das ausgeflossene Dieselöl wie Seifenstücke ihrem Zugriff entzogen. 20 Personen konnten sie unter Aufbietung aller Kräfte aus den Fluten holen. Zwei von ihnen mussten sie jedoch bald feststellen, hatten sie nur mehr tot geborgen. Zur selben Zeit, als die beiden Brüder sich anschickten, ihren Fischfang in den Hafen zu bringen, machten sich zwei andere Männer bereit für die Ausfahrt auf das Meer. Konstantino Barata und Onda Vecchi. Kurz nach 6 Uhr war Konstantino aufgestanden, am Abend zuvor hatte der gelernte Maurer mit seinem bereits pensionierten Freund beschlossen, am Morgen ein paar Fische zu fangen. Nicht für den Verkauf, sondern für den Eigengebrauch. Onda Vecchi besaß ein kleines, wendiges Boot und Konstantino liebte diese Ausfahrten. Als der 56-jährige Konstantin und sein Freund den Hafen kurz nach 7 Uhr verließen, waren sie später dran, als ursprünglich ausgemacht. Wie die beiden Fischer nahmen, auch sie die Boote in der Ferne waren. Ohne noch zu ahnen, was sich tatsächlich abspielte, näherten sie sich der Stelle. Dann war plötzlich klar, worum es sich handelte. Wir sahen auf einmal Menschen im Wasser, die um Hilfe schrien. Es war keine Frage, wir waren vor Ort, wir mussten helfen. Unser Boot war klein, aber es war schnell und das war ein großer Vorteil. Das wendige Boot mit Außenbordmotor versuchte, die Ränder des Einsatzgebietes abzudecken, dort, wo die Strömung stärker war und die Ertrinkenden hinaus aufs offene Meer trieb. Panik machte sich kurzfristig breit. Wen sollten sie retten? Und wie konnten sie erkennen, ob die scheinbar leblos im Wasser treibenden Körper nicht doch am Leben waren? Konstantino wusste, dass ein ungeschriebenes Gesetz heißt, du musst Leben retten. Das ist das Gesetz des Meeres, sagen die Fischer hier, betont er. Wer immer in Seenot ist, dem muss geholfen werden. Wir haben die Pflicht, Menschenleben zu retten. Konstantino erinnert sich noch gut an eine junge Frau, von der er schon ablassen wollte. Es sind so viele, kümmere dich nur um die Lebenden, die Toten werden von der Küstenwache geborgen, hat ihm jemand von einem anderen Boot aus zugeschrieben. Doch plötzlich gab das mit ausgestreckten Armen im Meer treibende Mädchen, wie er sagt, ein winziges Lebenszeichen. Sie hob mit letzter Kraft ihre Hand, gerade so weit, dass er die Bewegung wahrnehmen konnte. Ihre Lippen bewegten sich. Help, help me, please, flüsterte sie fast unhörbar. Konstantino sah, dass er es allein nicht schaffen konnte. Sie war zu schwach, um seine ausgestreckten Hände ergreifen zu können. Er rief seinem Freund zu, kurz den Motor abzustellen und mit vereinten Kräften zogen sie die junge Frau auf das Boot. Sie zitterte am ganzen Körper und er brach Diesel. Haare und Augen waren völlig verklebt. Konstantino gab ihr das Einzige, was sie ihr zum Wärmen anbieten konnte, sein T-Shirt. Oam war die letzte Lebende, die an diesem Morgen geborgen wurde. Nach ihr konnten nur mehr Leichen aus den Floten gezogen werden. Die Menschen waren bereits seit Stunden im Wasser. Innerhalb kurzer Zeit war es Konstantino gelungen, zwölf Ostafrikaner, so nannte er sie, aus den Floten zu ziehen. Eine Frau und elf Männer, alle aus Eritrea, wie sich später herausstellte. Einer von ihnen hatte besonderes Glück, denn er wurde buchstäblich dem Leben zurückgegeben. Konstantino hatte nicht aufgegeben. Diesen jungen Mann habe ich in Rom kennengelernt, jetzt 31-jähriger Eritrea. der mit seiner Lebensgefährtin, mit seiner jungen Frau geflohen ist. Sie hatten eine lange Flucht hinter sich gebracht, denn wir dürfen uns nicht vorstellen, dass diese Fluchtrouten schnell vor sich gehen. Also die meisten Menschen, die in Libyen angekommen sind, die nach Italien kommen, haben oft eine monatelange Flucht hinter sich. Vor allen Dingen die Ärmeren, denn die müssen auch immer wieder anhalten, um sich Geld zu verdienen, um ihre Schlepper später bezahlen zu können. Und Konstantino war eben mit seiner jungen, sehr hübschen, ich habe das Foto gesehen, Freundin auf diesem Boot, als das Boot eben kurz vor der Insel, kurz vor ihrem Ziel, in Flammen aufging und dann auseinanderbrach. Und die Menschen sind teilweise wie brennende Fackeln ins Meer gestürzt. Dieser Thadese kann sich an nichts erinnern. Auch er ist ins Meer gestürzt. Offensichtlich hat er vorher oder dabei das Bewusstsein verloren. Er weiß es nicht. Und er konnte nur gerettet werden. Das war sein Glück. Er hatte ganz enge Jeans an. Und diese engen Jeans haben Konstantino erlaubt, ihn packen zu können. Denn sonst hätte er ihn nicht erwischt und er hat ihn an diesen Hosen sozusagen herausgezogen. Thadese wurde dann eben mehr tot als lebendig in ein Krankenhaus gebracht. Und die Menschen kämpften, die Ärzte kämpften dort um sein Leben und hatten ihn fast aufgegeben. Aber er hat überlebt und ist dann erst in Palermo in diesem Krankenhaus aufgewacht. Und seine Betreuer haben sich dann sehr schwer getan, ihm zu sagen, dass seine Freundin tot ist. Denn sie hat dieses Unglück nicht überlebt. Es ist wahnsinnig schwer für die Flüchtlinge, aber damit Sie vielleicht auch ein bisschen noch sehen, ich bleibe noch bei meinen beiden, bei Konstantin und Domenico, es ist auch für diese Retter teilweise schwer. Und ich habe das oft erlebt, denn ich habe viele getroffen, Menschen von der Küstenwache, also so richtig gestandene, auch durchaus hartgesottene Männer, die in einer Depression versunken sind, die weinten beim Gespräch, weil es einfach schwer ist, wenn du immer aufs Meer hinausfährst und in vielen Fällen nichts mehr machen kannst und eben Leichen nach Hause bringst, statt fröhliche Menschen, unter Anführungszeichen, aber zumindest glückliche Menschen, die gerettet worden sind. Und auch unseren beiden ist es sehr schlecht ergangen. In den Wochen nach der Tragödie ging es Konstantino, dem Helden, wie der Willen, sehr schlecht. Ich lief wie ferngesteuert durch die Gegend, mich plagte der Gedanke, dass wir am 3. Oktober später als geplant mit unserem Boot abgefahren sind. Da war immer dieser Gedanke, wären wir früher los, wären wir eine Stunde früher ausgelaufen, hätten wir viel mehr Menschen retten können. An den damaligen italienischen Ministerpräsidenten Enrico Letta schrieb er nach wie vor unter Schock, Ich bin kein Held, tut etwas, öffnet einen humanitären Korridor oder ihr werdet wieder hunderte Menschen auf eurem Gewissen haben. Domenico Colapinto ging es ähnlich. Wie Konstantino Barata übergab auch er die geretteten Bootsflüchtlinge einem Patrouillenboot, das die Notversorgung übernahm. Auch der Fischer Domenico wollte noch weitere Flüchtlinge retten, doch er hatte sich bei den Bergungsarbeiten die Schulter ausgerenkt. Es war so schwer, sie zu erwischen, denn sie entglitten und ständig. Da war so viel Diesel auf dem Meer. Die Menschen lagen da, direkt vor unseren Augen, aber wir konnten sie nicht retten. Ich hatte eine lebende Frau in meinen Armen, doch sie rutschte durch, fiel zurück in die Fluten. Sie versank im Meer, für immer. Am Ende weinte Domenico Colapinto bitterlich. In der Zwischenzeit waren die offiziellen Rettungsmaßnahmen angelaufen, doch der Fischer konnte sich nicht beruhigen. Der Schmerz, nicht mehr Menschen helfen zu können, verfestigte sich mit der Zeit. Der zweifache Vater brachte das Bild der sterbenden Menschen nicht mehr aus seinem Kopf. 366 Tote, lautete die endgültige Bilanz. 20 Bootsflüchtlinge gelten nach wie vor als vermisst. 108 Leichen konnten erst geborgen werden, als es gelang, ins Innere des gesunkenen Bootes vorzudringen. Das Schiffswrack lag 47 Meter unter der Meeresoberfläche. Domenico der Retter versank in eine tiefe Depression. Wer ihn kennt, sagt, er sei zum Schatten seiner selbst geworden. Nichts half die offizielle Ehrung durch die Gemeinde, nichts halfen die lobenden Stimmen aus den Medien und der Bevölkerung. Der Fischer Domenico konnte nicht mehr aufs Meer hinausfahren. Es war ihm zum Feind geworden. Der Mann, der von seinen 18 Schützlingen, so viel hat er gerettet, Papa genannt wird, musste sich monatelang in Therapie begeben. Er verließ Lampedusa und scheut den Kontakt mit der Öffentlichkeit. Sie sehen also, es ist auch für die Retter schwer. Diese furchtbare Katastrophe vom 3. Oktober war eine jener Katastrophen, als die gesamte europäische Welt aufgeschrien hat, nie mehr, nie mehr wieder, es muss etwas geschehen. Geschehen ist wenig, zumindest auf europäischer Ebene. Italien hat reagiert, indem es die Marineoperation Marinostrum ins Leben gerufen hat. die ganz, ganz, ganz tolle Arbeit geleistet hat, die aber dann nach einem Jahr ausgelaufen ist und durch eine Frontex-Operation ersetzt wurde, die finanziell sehr schlecht bestückt war. Bis es heuer wieder zu einer ganz großen Katastrophe gekommen ist, mit über 800, vermutlich über 800, Toten im Mittelmeer und dann hieß es wieder, nie mehr wieder und dann hat man gesagt, wir werden jetzt in erster Linie die Schlepper bekämpfen. In einer ersten Reaktion, wie mir vorkam, sehr unüberlegt, man sprach sogar von Booten vor Ort, die zerstört werden sollten, also etwas einigermaßen Unrealistisches. Aber wie gesagt, inzwischen hat sich die Flüchtlingskrise etwas verlagert. Sie ist hier angekommen und ich glaube, das ist der Punkt, an dem ich Sie bitte, dass Sie Ihre Fragen an mich stellen. Also Sie können alles fragen, ob ich es beantworten kann, werden wir sehen, aber ich bemühe mich in jedem Fall. Ich glaube, es gibt ein... Applaus und ich glaube, wir sehen uns in jedem Fall.